Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zum letzten Tag der BTS-Woche bei Jimmy Fallon. Ich dachte ja eigentlich, die Woche würde bis morgen gehen, also Sonntag, aber leider geht sie nur bis heute. Und zwar performen unsere Jungs mit dem Lied Dynamite und das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich hab mir ja eigentlich das Lied Fake Love oder Blood, Sweat & Tears gewünscht, aber Dynamite ist auch mega, ne? I love this song. Okay, guys, seid ihr ready für unsere letzte Performance bei Jimmy Fallon? Let's go! Hey, YouTube! As you know, there should be music behind me, it's alright. It's BTS week here at the Tonight Show. And every day we've been bringing you amazing new performances from the group, here now to perform their smash hit, Dynamite, which has topped the charts in over 100 countries. BTS! Yay! Guest BTS. Ah, wieder diese American Wives. Oh, das sieht so geil aus. Voll amerikanisch. American Diner. Oh, grün steht Sugar so gut. Ah! Oh mein Gott, that's so hot. Stellt euch mal vor, ihr esst da und dann auf einmal seht ihr solche Kellner. Oh, his smile is so cute. Oh, ich liebe sein Tattoo, ne? Oh, mein Gott, das ist so gut an ihm aus, dieser Style. Oh mein Gott, his vocal. Okay. Yes! Oh, die sehen so gut aus. Yes! Oh, die sehen so gut aus. Wow, der Mufa ist sehr smooth. Awww Oh, ich werde sie so vermissen hier. Na, ich weiß es. Oh, ich liebe diesen Move hier. Yes. Awww Yes. Oh, ich liebe die Szene. Wo die so zu zweit tanzen, voll cute. Ahhhh Oh mein Gott. Angel Voice. Oh Boys, ich werde euch so vermissen. There. Ehe. Ehe. Wow. so in der mall mäßig ne die location oh mein gott i will miss them so much after this ihren letzten performance bei jimmy feld wie so cute ich bin genauso beim schildschuh laufen die anderen fahren so herbe selbstbewusst und dann kommt sie so cute ja leute alles schöne hat ein ende letztendlich das war die letzte performance von unserer bts woche bei jimmy feld und ich werde unsere jungs so krass vermissen ich habe wirklich zu jedem einzelnen tag der bts woche reagiert ne also echt krass dass ich es durchgezogen habe und deswegen schaut euch auch gerne die anderen reaktions zu den performances an und ja leute das war es auch schon mit meinem video wenn euch dieses video gefallen hat lasst mir gerne einen daumen hoch da und subscribe nicht vergessen macht die glocke an um nichts zu verpassen folgt mir gerne auf instagram um ebenfalls nichts zu verpassen ich würde sagen wir sehen uns das nächste mal bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann